Ja, da haben wir etwa nach der Achtelmeile ein Spritversorgungsproblem gehabt. Trotzdem geht es hier schon mal mit einer 11.1. Jetzt aufgepasst auf 230 kmh. Das wird einige Jungs mit den Mopeds heute gehen. Die beiden haben mal die Seiten gewechselt, ich meine natürlich die Fahrspuren. Wie gesagt, Traktion ist bei den Automatikgängen immer ein Ticken. Ja, da haben wir bei Marco hier eine 14,78 auf 155. Und die linke Bahn ist schon in den 13er Seiten reingefahren. 13,9 180. Ja, meine hier linke Palette. Ich glaube nochmal, 161 der BMW hier auf der linken Seite macht noch die Scheibe zu, wenn er gleich eingestellt hat. Und auf der rechten Seite haben wir einen Ticken in den 1er Gold. Hier hinten 63 Super-Endwo, also Gruppe A in die Lettsteil. Ja, das hat jetzt so an der Erde gekratzt. Der Moment, der Golf ist vorne, da muss ich mal richtig reintreten. Und er hat gesehen, da gab es dann gleich Traktionsprobleme. Haben wir hier rechte Seite der Golf 13 270 gegen 14 3 auf 170. Woran? Ja, das Auto auf der linken Bahn unterstützt von Motorgriff der Inselblitz. Und jetzt auch in den letzten Wochen auf allen Veranstaltungen hier deutschlandweit zu sehen. Im Raks, in Aslan, auch im Raks hier bei uns in Zern. Und jetzt auch im Raks, in Aslan, auch im Raks, in Aslan, auch im Raks, in Aslan, auch im Raks, in Aslan. Und jetzt auch im Raks, in Aslan, auch im Raks, in Aslan, auch im Raks. Ja, der Ronny bleibt hier beim Zweirad erstmal, wie es der Hinterreisen war. Ja, das ist was für Kia, die lieben Motorräder. Ronny bleibt zum Team von Mario. Also, das hört sich schon fast nach Rutschen der Kupplung an. Er macht hier eine 10.8, aber auf 258 kmh. Ja, der Ronny hat nach der Acht hineingeboren. Ja, die Turbo-Ali geht nochmal auf die linke Bahn hier. Ja, der Michael Ahrens. Und Michel Ahrens auf der rechten Bahn gibt hier in seinem Opel Speedster auch 400 plus PS an. Macht hier eine 11.3 auf 217. Wie die 12.9 von der Ali. Ja, die Syrianer haben sich jetzt mal hier unters Klopt gewischt. Ja, die Syrianer haben sich jetzt mal hier unters Klopt gewischt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, das geht ja schon gut aus. Linke Bahn 95, rechte Bahn 9,10 auf 251. Ja, nur zur Information, die Timeslips lasse ich vorne zur Anmeldung bringen. Aber da ist eine Giste, da könnt ihr euch die Zeitzettel raussuchen. Es gibt logischerweise für jeden Lauf zwei Zettel. Also bitte da hingucken, dass ihr wirklich... Michael Schmitz aus Becken bringt hier seinen Kompiagrenzen. 8,1 Liter Hubraut mit einem Vortec-Compressor. Die Leistung liegt bei ihr 600er Bahn. Ich weiß nicht, ob wir es oder KW. Die Fahrertür ist hoch, 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 die Fahrertür. Die Fahrertür, die Tür zu machen. Ja, das wäre ja relativ bescheiden, wenn der entzieht, dann brennen sie seine Tür von hier. Ja, da habe ich ja auch eine 10,9 auf 203. Also ich gehe von 600 KW aus. Mit 600 PS geht man das bei dem Metallklotz nicht hin. Ja, Sektor Ost geht wieder auf die rechte Bahn mit einem Corsa A. Und der Rico von der Opel Family Potsdam hier auf die linken Seite. Turbo ausgeladen hat, Spurlitter 10-Corsa. Das ist ein bisschen klar. Was für Traktoren? Ja, der Rico hat gut gefrühstückt. 1,10 der Reaktion, 1,8 der Traktion. Achtung Meile 7,9. Viertelmeile 12,27 auf 187. Rechte Seite gab es ein Problem mit dem Gangwechsel. Ich hoffe, dass das nichts blätteret. dust. 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 Ja, der Michel Ahrens geht hier wieder an. Ja, da hat die Ellie den ersten Mal schön 6 Zehntl an der Hand abgemacht. Das reicht natürlich hinten raus nicht, der Speedster macht hier eine 11,3 gegen die 12,99 von der Ellie. Ja, und dann kommt der Mann hier, andere haben sowas als Atemunterstützung und der Micha, der schnüffelt das wahrscheinlich rund zu Hause, der klebt nochmal nach. Na Lisa, deine Fingernägel zum Oberteil, der Hammer. Ja, okay, ja, okay, ja. No? Ja? Ja, bitte. Ja, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Die Brot aus dem Bolt auf der rechten Bahn mit der Hayabusa. Und die Brot aus dem Bolt auf der Chape Kelscher Sport Hawaii. Die Brot aus dem Bolt auf der getrunken Bahn mit der Hayabusa. Das sind eine Brott, die in die R-Ple עלformation. Weil die Stück sehr gut sind. Jetzt ist das Deck trainiert. Ja, die nächste, die haben jetzt links erstmal einen 999 zum Eingriffen gegen die 990. Jetzt haben wir schon der Tausende, der fährt vorne wirklich mit dem Rückgang. Untertitelung des ZDF, 2020 9,5 auf 2,42 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Rrrrrrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Mato, Sachau, Rechtbahn, 14663, der BMW, eine 14.3, eine 75. Wir müssen jetzt mal die Ahrung hier beitragen. Wir können nicht mehr die Ahrung hier beitragen, das wir nicht machen. Wir brauchen die Ahrung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und mal gucken, was die Jungs hier mit ihren Zugellas Zugmaschinen auf die Puste bringen. Und alles okay? Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann haben wir 10,6 auf der linken Bahn gegen die 13,3. Genau, jetzt kommt ein Golf 2 auf die linke Seite. Und dann kommt ein Golf 2 auf die linke Seite. Und dann kommt ein Golf 2 auf die linke Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, der Rainer und der Fernaufwand. Ja, der Rainer und der Fernaufwand. Ja, eigentlich sollten die beiden ersten nochmal fahren aus dem Team hier. Wir haben hier eine 10.05 auf der rechten Bahn und die linke Bahn eine 9.65. Ja, der Rainer und der Fernaufwand. Ja, der Rainer und der Fernaufwand. Ja, der Rainer und der Fernaufwand. Ja, der W.A. Wagner von Wagner Thüringen geht hier auf die rechte Bahn. Und mit der Supra MR5, ich versehe drei Liter Hubbau meiner Angabe von 700, ich weiß noch nicht, ob PS oder KW. Ja, es wäre ganz schön, wenn das im Laufe des Tages mal hier an mich noch nachgereicht wurde. Ja, aber ja, genau, 100% wieder hoch. Ja, wir haben hier eine 10.7 Immobilie. 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 Das war's für heute. 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 Ich bin mir цел einträcht. Bis jetzt Almost. Sicher. Warum? 8,328 auf 281. Das Team würde sich sicherlich auch über einen Applaus freuen. Ihr seid doch immer näher, haut mal richtig rein. Achtelmeile auf 220 nach 5,5 Sekunden. Ja. 651,5 Sekunden. 4,5 Sekunden-Ausgraf und 6,5 Sekunden. Mit dem Camaro SS auf die Piste. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, es kommt ein bisschen durcheinander. Jeder kommt an mit Zeit und Zettel und hin und her. Und wir bringen die alle immer nach vorne zur Anwälung. Da werden die Feinschläge hinterlegt. Ich kann es jetzt immer so ein bisschen nervig finden, wenn wir alle zwei Sekunden irgendjemanden in den Zettel geben sollen. Und sonst hier mal gucken, sonst hier mal gucken. Relativ kompliziert. Ja, das weiß ich. Bis zum Zaun und das Ende. Okay, Pia, ist ja schon ganz rot. Ja, ein Straßenzugelassener Klassiker hier. Da fährt man normalerweise mit zur Eisdiele. Und heute hier auf Viertelmeule. Ja, da haben wir eine 13 273. Ja, das machen wir mal. Jetzt kann ich endlich mal bei den Leistungsangaben gucken. Der Holger Cobalt mit seinem i30N 2.0L 16V Turbo auf der linken Seite mit DSW-Getriebe gibt hier 460 PS an. Und Marco Zachau auch von der N-Division 380 PS bei 2.0L hoch. Und jetzt ist das ein bisschen einfacher mit 4G-Getriebe sehen und die Vollgaben. Ja, da hat er aber ganz schmuch gemacht. Noch mal kurz runtergeschaltet. Ja, der Marco macht hier eine 14 5163. Hier liegt wieder die 13 9. Und jetzt ist das ein bisschen einfacher mit der N-Division. Zeit im 1.8-1. 2.3-Stats Oh ja. Diese Warkerin ist wieder auf den Katronnen. Die Fewer im Aber ich habe einen Schwer-Wasser und ich habe einen Schwer-Wasser in der Stadt geflogen und die Stadt, aber ich habe einen Schwer-Wasser. Du bist auf der Hand, wo ich nicht mehr so viel zu machen, sondern ich habe einen Schwer-Wasser, der Schwer-Wasser mit dem Schwer-Wasser, mit dem Schwer-Wasser mit dem Schwer-Wasser. Macht hier eine 9,6 Ja, da vibriert hier unsere Straßenbahn, wenn der Michael Schmitz seinen Kompressor aufgeladen hat, dann kommen wir anscheinend die Sporen. Julian Salzmann auf der rechten Bahn gibt hier bei 1,8 Uhr aufgeladenen Golf 2 400 PS an, macht hier eine 14-3 auf 168 und links haben wir eine 10-8 auf 210. Ja, das Fahrzeug mit dem Hinzeichen SBL A200 mit dem Support von der Landebahn runterfahren. SBL A200, ein Golfplatz oder ein Sportsrenner bei uns, steht auf der Landebahn. Wer lesen kann, ist kein Vorteil, SBL A200, bitte sofort die Landebahn räumen. Ja, das war, ganz gut, aber wieder Einwandlung. Wer es wegen der Zelle zu schwer werden? Ja, das war die Flöck. Haben wir keine Flöckung rausgelegen? Ja, nein, wir müssen die Flöckung rausgehen, wenn viele Flöckung rausgehen, das war die Flöckung rausgehen. Er ist ein super Gut. Vielen Dank. 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 Wir haben hier links eine 1148 und rechts eine 9,96 auf 234. Der Berg hat hier eine 1,4 Attraktion mit dem Hotchokletten. Geht hier eine 1079 auf knapp 200 kmh gegen die 132. O, 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 O. Wir haben hier in Deutschland. Wir haben hier in Deutschland. Wir haben hier in den frontgetriebe. Die 131. Wir haben hier in die 131. Wir haben hier in die 131. Hier ist die 131. Da sind wir auf die Feuer wegen dem Stichstern mit der Stattung der Flüchtlinge. Da haben wir rechts eine 11.9 und links eine 10.6. Da war ich die Seite auf den Laufkorn. Pendel habe ich die Baumes genommen. Ja, ein Damen-Duell, die Steffi Kühne geht jetzt an den Schröder zu der ausgeladenen E-Kabett auf die Lindebahn. Die Steffi Kühne geht jetzt an den Schröder zu der ausgeladenen E-Kabett auf die Lindebahn und die Steffi Kühne geht jetzt an den Schröder zu der ausgeladenen E-Kabett. Die Steffi Kühne geht jetzt an den Schröder zu der ausgeladenen E-Kabett auf die Lindebahn und die Steffi Kühne geht jetzt an den Schröder zu der ausgeladenen E-Kabett. Ja, die Juni hat gleich schon eine 14. bessere Traktion hier. Mit dem Frontgekratzen gilt eine 11,16 auf 207 gegen die 11,15 auf 218. Ja, genau, das ist ein Applaus her. Ihr lasst euch immer ganz schön bitten mit Applaus für diese Zeiten. Die Steffi Kühne geht jetzt an den Schröder zu der ausgeladenen E-Kabett. Ja, das sah nicht ausgehen gern, aber an den Rädern kam leider nichts mehr an. In die 500 Sleuerachstukur. Der schicke Audi aus Berlin. Der Dennis und der Stefan Menneke bringen hier einen 3,2 Liter Audi A3 mit 614 an den Start. Macht hier eine 11.5 auf 199,899. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Murat, Murat zur Zeitmessung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war die Idee, Mika. Danke, 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 danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 at a certain moment, right even for it to go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, sorry, 11,3 m auf 2 und 20 m auf der linken Seite. Ja, und das könnte nicht so heiß mit dem Schuhgedacht jetzt auch in Pro-Aus-Ab machen. Das ist die Schlaufe, oder? Und dann gibt's hier einen 6er-Vierdienst. Na, na, na... Ich moderiere ja einfach nicht mehr an, dann können Sie das nicht reinigen. Es ist ja in der Zeugnissprache, wenn wir einen doll anmoderieren, ist ja irgendetwas, was nicht funktioniert. Ich mache nachher nichts mehr. Dann wird es die Bomben auf. Wir brauchen jetzt Druck auf. Oder soll sich mal hier melden bei dir, dann kriegt man eine ordentliche Ansage. Hier geht man schön draußen hin. Ich kann mich nicht mehr an, dann muss ich mich mal an, dann kann ich mal an. Ich bin ein Wiesenthaler. Ich weiß nicht, dass ich da nicht mehr an, dann kann ich mich nicht mehr an. Ich bin ein Wiesenthaler. Ich bin ein Wiesenthaler, ich bin ein Wiesenthaler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also es wurde dann aufgefeuert, in Zukunft gelockert zu haben, haben Sie gesagt. Also es wurde dann aufgefeuert, in Zukunft gelockert zu werden. Also es wurde dann aufgefeuert, in Zukunft gelockert zu werden. Ja und der Mario Monholz hat einen Viergangsstraßen zu dürfen, haben dort supervisiert. Da haben wir rechts einen 9.1 auf 180, er hat aber nach der 18 Meile Gas rausgenommen, hatte bereits 5,2 Sekunden auf 200 nach der 8 Meile. Linke Bahn, 14, er trifft zu. Oh, Feuerwehr, haben wir nicht. Ja, das sieht nicht gut aus, da müssen wir die Frecke checken. Also ist es, wenn man kommt, was wir auf dem Wegstab. Dann ist es, wenn wir die Frecke checken. Also ist es, wenn wir die Frecke checken. Ja, da sind wir die Frecke. Ja, da sind wir die Frecke. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, rechte Bahn, der 8.02 auf 200.000 Euro. Wir haben Gas ausgenommen. Die Jubebahn 8.09 auf 200.000 Euro. Wir haben bereits Monat 81 kmh nach der 8. Meile gehabt. Er rollt dann mit 276 ins Ziel. Hier, ich denke mal, die, Gapatern und Keith, die zum ersten Mal hier sind, die werden gesehen haben, es lohnt sich immer nach Zerb zu kommen. Dann werden nächsten Monat wieder eine Test-and-Zul-Veranstaltung. Also Gehörschutz, Sonnenschutz und gute Laune. Dann begrüßen wir euch gerne wieder hier auf dem Trubplatz Zerb, den wir für die nächsten Jahre noch safe haben. Ja, Oldies, äh, hat, uh, Oldies, äh, streng an. Und wir gehen jetzt an die Linke fahren. Also runtergesetzt, der Bahn links, wir gehen jetzt an die Linke fahren. Und die rechte Bahn starten aber 549. der Firma Stropos der Ruhane 965 fahren als Index-Zeit. Jetzt sind die Einträchtigkeit der Einträchtiger ausgewirkt. Ja, Stefan fährt eine 976, also eine 100-Zul-Uner-Index. Und, äh, die rechte Bahn unter fährt den Index und fast 12. ... ... ... ... ... ... ... ... und bei der Tür, Hayabugas, endlich 8 Jahren! ... und bei der Tür, Hayabugas, endlich 8 Jahre alt! ... und bei der Tür, Papa, Marius, 10 Teamfahl, Papa, auch nicht mal alle 10-4! Beide vorbeugelagten Hayabugas aus der Welt und Miele! Papa und Marie, alles in einem Dissue! Ja, aber dann scheint irgendwie die Guckung zu rutschen, fährt hier eine 10.91 und die Marie fährt eine 10.82. Also Marie ist näher an ihrer Indexzeit gefahren und geht hier mit 2.21 durchs Ziel. Ja, die freundste Vollmarkts-Europas hier, Linke Bahn, Mark Quattenbaum, wegen einer 910 Fahrt, Vollmarktsbeuer. Ja, aus der 919, äh, 921, das heißt also 200. über Index und die Rechte waren bei 7.0 von der Indexzeit entfernt. Sie beiden Vormarkts-Europas. Sie beiden Vormarkts-Europas. Ja, der Linz-Kreuzbeiner auf der linken Seite, mit einer 10.77, kleinen Kontra in 9.9, 8.9. Ja, und beide liegen in der ganzen Ecke von ihrem Index entfernt. 11.5 für Linz-Kreuzbeiner, gegen die 10.56. Ja, der Linz-Kreuzbeiner auf der linken Seite, mit einer 10.5 für Linz-Kreuzbeiner, gegen die 10.5 für Linz-Kreuzbeiner, gegen die 10.5 für Linz-Kreuzbeiner. Von der beiden höher ×s Ukrauzbeiner. Linke Bahn unter 4. Index zum 7. Hundertmonás. Die rechte Bahn bleibt zweudzehntel über Indexzeit, mit einer 10.5 für Linz. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. die wir hier vor Molle abholen sollen. Ja, der Harald Hengel von den Züllenkistenbägen hier wird ein Spuck um 8 Liter M50 Motor Turbo aufgeladen Allrad hier mit 950 km gegen den Viesta Turbo. Ja, leider haben wir einen kurzen Zündersitz gehabt, aber machen hier noch eine 9,27 auf 247 und die rechte Bahn fährt eine 1146 auf 214. Ja, der hat einen kurzen Ort aufgeladen, der sich den Entschuldigen an dem Auto und den Abenteuer, ohne die Rechte. Ja, hier rechts der Mann mit dem Deskett, das ist der Mann, der uns alles ermöglicht, für uns er hat, Kani Herzau, der Bock des Rassen. Ja, hier rechts der Mann. Ja, hier rechts der Mann, der Mann kommt, ja hier ist der Mann, der sie aufn geredet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Ja, das denke ich, die Chance für euch in aller Ruhe mal, so ein Stück hausgemachten Apfelgruben zu essen. Ein Käppchen dabei, aber ich habe mir den Wans schon voll gefragt, aber der Elbeburger, der ist für herzhaft und blüht, für jeder Schandtat bereit. Jetzt ist die Schlange auch nicht so groß, aber ich würde mich jetzt fix umdrehen, hintergehen. Hallo Dirk! Ja, jetzt gab es hier noch einen Sturm, weil alles nur auf die Türen aufgemacht hat. Ja, jetzt gab es hier noch einen Sturm. Ja, jetzt gab es hier noch einen Sturm. Ja, jetztsam tenho es hier noch einen Zwischenplaner... Ja, jetzt habe ich hier noch einen Sturm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein 4er Traktion 9 auf die Achtung Reule mit 190 und eine 931, so 240 Keimer. Ein 4er Traktion Ein 5er Traktion Das war's für heute. Der Traktor von Jutta Böhren wird komplett zugetragen im Zahlerlager. Bitte den Traktor freimachen. Den Traktor freimachen, da muss er wieder rausgehen. Links hier, 9, 4, 9 auf 2, 62 rechts, 8,5. Die Traktor freimachen, da muss er wieder rausgehen. Die Traktor freimachen, da muss er wieder rausgehen. Dann holen Sie unseren Weg, oder? Die Traktor freimachen, der mit einem Schnapp von Jutta Böhren ist hier und das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sind auf die Eckebahn. Ich habe normaler Leute bei Karls Erdbeerhof, wenn sie rauf, die etwas gegen spazieren. Heute geht es auf der Neu-Meile. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, aber guck mal, der wird noch ein bisschen an und abgeholt dreht. Vielleicht kriegen wir die 300 kmh-Marke an diesem Wochenende noch. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, guck mal, guck mal. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, 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 guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal, 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 guck mal. Ja, 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 guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die waren auf 180 und waren die Kins auf jeder Flasche. Gut, das war alles gesalten. Heute setzt man sich den Löffel und... Der 100. 10,5 auf 208 und 10,5 rechts auf 214. Ich habe den Eindruck, unter 200 will er kein anderes Ziel. Und das nach 400 Jahren. Aha, jetzt wird jetzt mal eine andere Reihenfolge gegeben. Da haben wir den Bernd Thoma hier. Das ist ein guter Reihenfolge mit einem 49. Und wir haben gesehen, die Strecke ist so gut präpariert, dass hier Indexvorgaben hier verunterfahren werden. Das heißt, man kann dann nochmal nachregulieren. Wir haben auch die Marie, die wir auf die Linke waren, dort die See. Ich habe gelernt, es gesehen, in Anklang. Die fahren jedes Wochenende 5, 6, 7, 800 Kilometer eine Tour, um auf der Firmaweile teilzunehmen. Aaaaaaah!!!! Aaaaaaaaaaah!!!! Und jetzt können wir einfach wieder die Induszeit. Ja... die Marie ist jetzt 18 geworden denn vom Jahr, die darf jetzt endlich auch den nächsten Pürerschein machen. Soll ich öffentliche Straßenbahn. Die hat sich hier ein ... Oh-oh, die Familienplanung. Ja, die Marie fährt bereits Hädel über Index. 10,8 auf 215. Direkt überall, liegt weit weg von Index direkt. Ja, tolle Antriebssysteme hier. 25 Jahre, sagt Stefan Graf auf der Linken war schon. Mit der 1570-kubik-starken V-2-Arte. Man wird das Netz in V-Arts Europas. Man hat hier eine 9.09 und das ist eine 9.55. Damit ihr 500 entfernt von dem Index seid. Und Stefan ist 300. Also, ihr habt sie zu 300. Die beiden Feuerwehrstuhl, Lutz, Deutschland, auf der rechten Bahn, Lutz wird immer zu zweit angespart. Ich darf das sagen, kommt noch zum vierjährigen Lexus-Bort und sein Kollege auf die linke Seite mit der 989. Und die eine 989 auch aufs Index fahren und der Lutz eine 10, 10, 10. Ja, die Bahn ist in der Index, hat er, also, die ist eh, Annahme, die sind in der Indexzeit weg. Und der Lutz wird 10, 10, 10 und 1 und 1 und 1 und 2. So, die neuen Anzüchterkriege, die neuen Anzüchterkrieg, die neuen Anzüchterkriege, K Glasfudel, K. Ja,uiten, K. Oh, jetzt hat er schon mein neues Arbeitsgericht, kommt plötzlich vom Rissen, vor scalable5. 154 auf der linken Seite, damit ein Zehntel über die Indexzeit und eine 998, das ist eine Zehntel über die Indexzeit entfernt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Markus Schmidt geht hier auf die linke Seite mit seinem rundgetriebenen Golf 3 2,90 Euro und der Ringo von der Opel Familie Kotsdam-Mittlmark, unsere Family geht hier mit seinem mit dem Turbo aufgeladenen C-Corsa auf die rechte Bahn. Linke Bahn 9,24 auf 273 und eine saubere 12,0 auf 190 für den Rücken. . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 9,2 links, 9,4 Rebetz. 1,2 links, 9,4 Rebetz. 1,2 links, 9,4 Rebetz. 1,2 links, 9,4 Rebetz. 1,2 links, 9,6 Rebetz. 1,2 links, 9,4 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 Rebetz. Links 10.0, 5.0, 232 und rechts eine 10.0, 5.0, 244. Ja, jetzt seht ihr mal auf der rechten Bahn, es geht immer noch schneller und noch größer auf dem Bikebereich. Mark Vandenboer geht hier mit einem Nitro-Bike an den Start. Gut, der ist doch schon über 60, der Wurzel, der kann sowas bringen. Er hat hier 3 Liter Hubraum und 1100 PS. Er hat hier 1, 2nor und 8.000 PS. DINroft Auto 5.0, 254.0, 235.0, 235.0, 235.0. DINroft Auto 4.0, 235.0, 255.0, 255.0, 255.0, 255.0. Jochen Rundberg, Janne, 215.0, 265.0, 265.0, 265.0, 255.0. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, schade, da haben wir einen Verschalter drin gehabt. Das war leider nur 12.09 auf 192, wegen der 12.3. Ja, und auf die China-Hüse an die Weta-Duckberg, sobald wir heute gar nicht an andere Sorgen, als in den Winter zu kümmern. Erstens die Zahnmasken raus, wir haben wieder den Schuh. Der E3-Gelvis, der zählt hier auf dem die Zero-Power in seinem weg angetriebenen E3-Gelvis. Sohn des Zahns mehr von der Südkamm-Bas. Sohn des Zahns. Sohn des Zahns. Sohn der Zahns. Sohn. Sohn des Zahns. Sohn des Zahns. Sohn des Zahns. Die Räder sind 200 Meter. Wir sehen gerade nichts mehr. Die Räder sind 1,432, 562. Und jetzt nur eine 13.3, aber 197 kmh im Ziel. Die Räder sind komplett anders. Die Räder международinnen und die Räder sind die Weg. Die Räder sind auf einem den Weg. Und dann sind die Räder. Die Räder sind einfach in der Räder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt können wir schon mal drüben, dass es schon mal achtig wäre, dann wäre es auch voll arg dran. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 9,345 auf 240 Ja, zum Blödschen her reicht es, oder? Ja, zum Blödschen her! 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 Ja! Ja, zum Blödschen her! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist total Hammer. Und jetzt repariert ich auch noch mein Fahrzeug hier mit den Jungen zusammen. Bei der Gruppe von Waldeck möchte ich mich bedanken. Wir haben hier Kabelbinder gekriegt und jetzt wird der Bus nochmal fix gepimpt. Was macht der denn da hinten? Was pinkelt der denn auf den Stromzaun? . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 15. 20. 23. 24. 26. 28. 28. 29. 31. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der WMW 10-4-8 auf 2-8 sind und 10-4-4 auf 2-8 sind. Der WMW 10-4-8 Der WMW 10-4-8 Der WMW 10-3-1 auf 2-13 gegen 14-4-6 auf 170. Der WMW 10-4-8 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 Der WMW 10-4-8-8 Der WMW 10-4-8 Der WMW 10-4-8 Der WMW 10-4-8-8-8-8 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Und zwar gucke ich mir mal den Streckenrekord an von Dominik Reinhardt, das war bis jetzt eine 7.535. Wir haben jetzt eine 7.524 auf 300 und 1 kmh. Absoluter Streckenrekord und die 300er Marke heute gemacht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.